Hallo zusammen, hier ist wieder Euchela und heute bin ich wieder für euch in Battle for Assos unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Mountguide präsentieren. Heute geht es nämlich um den Dünenaßfresser, das ist die schicke Hyäne, auf der wir hier sitzen. Und zwar wollte ich euch heute zeigen, wie wir die erfarmen können. Wir sind hier für die Hyäne einmal in Voldum, hier auf Zandala. Und dort könnt ihr die Hyäne eigentlich von allen Sitraks bekommen. Und die Sitraks sind hier diese Schlangenwesen. Es gibt da verschiedene Farmspots, einige wurden auch schon genervt. Deswegen ist das Mount jetzt auch mittlerweile wieder ein bisschen teurer im Auktionshaus geworden, wie manch andere Zonendrop-Mounts, die es im BFA gibt. Und zwar hat Blizzard hier oben ein paar Spots genervt und ich glaube hier unten auch ein paar. Und ich möchte euch jetzt mal zwei Spots zeigen, beziehungsweise ein bisschen näher. Den ersten Spot, den ich priorisiert habe, wo ich das auch gefarmt habe, befindet sich hier unten. Das ist etwa hier. Und zwar ist das bei den Koordinaten 30, 75. Und den zweiten Spot, der befindet sich auch etwa hier oben bei den Koordinaten 33, 64 in etwa. Da ist auch öfter so eine Azerid-World-Quest quasi. Und das sind auch relativ viele Mobs. Theoretisch wären hier oben sogar mehr Mobs. Nur da hat man lauter Mobs, die einen ständig knockbacken. Und als Melee ist es einfach nur nervig, beziehungsweise als Tank auch. Deswegen fand ich den Spot hier oben nicht so gut. Kann man aber entscheiden, wie man möchte. Hier oben wären ein paar mehr Mobs, aber es ist ein bisschen nerviger zu farmen. Der Spot war definitiv entspannter. Ja, ich würde sagen, wir schauen mal in den Farm rein, wie wir es hier gemacht haben. Ja, wie ihr seht, liegen hier schon einen ganzen Haufen Leichen. Das liegt nicht daran, dass hier extrem viele Mobs außenrum sind, sondern dass sie extrem schnell nachspawnen. Da, dass hier eine Questing Area ist, heißt in dem Lager, wo wir hier rankommen, sind vielleicht 20 bis 25 Spawnpunkte. Aber es ist so, von Blizzard designt, dass quasi immer eine Mindestanzahl da sein müssen. Heißt, wenn man alle gekillt hat oder wenn man eine bestimmte Anzahl gekillt hat, dann spawnen die Instant neu, was ihr hier hinten seht. Und ich habe hier auch zwei Chars gerade am Start, und zwar einmal meinen Drill, mit dem ich gerade spiele, und noch meinen Monk-Char, den ich quasi auf dem zweiten Bildschirm habe. Mit dem habe ich hier auch das blaue Mark gestellt, beziehungsweise in das blaue Mark einmal diese Ochsenstatue, dass die Mobs, die da hinten spawnen, seht ihr, die spawnen und laufen direkt hier zur Statue. Man braucht es nicht unbedingt, ist aber praktisch, wenn man nochmal einen Monk hier mit in der Gruppe hat. Dann ist es eigentlich so, dass man quasi auf der einen Seite die Statue stellt und auf der anderen Seite einfach nur mit 1, 2 Ranges die Mobs immer ranpult und kann eigentlich tutti kompletti alle Mobs hier in dem Camp töten und dann auch looten. Hat natürlich mir ein bisschen in die Karten gespielt, weil ich mit dem einen Char quasi nur die Statue gestellt habe und gelootet habe. So, dann kommen wir mal ein bisschen zu den Fakten. Und zwar, ihr solltet auf jeden Fall mit einer 5-Mann-Gruppe fahren. Warum? Ihr nehmt euch den Loot nicht weg, ihr habt Personal Loot, ihr kriegt die Mobs mit 5 Leuten schneller down, als wenn ihr alleine seid. Das ist einfach Fakt. Ihr könnt das Mount mit einem Low-Level-Char farmen. Ich habe hier extra 2 Horden-Chars genommen, denn Vuldoom scaled nur als Horde, weil das der Horden-Kontinent ist. Wenn ihr hier mit einem Allianzler hingeht, dann scaled ihr nicht. Heißt, ihr könnt das mit einem Low-Level-Char farmen. Ihr macht sogar mit einem Low-Level teilweise mehr Schaden, als mit einem High-Level-Char. Liegt einfach daran, weil wenn ihr 111, 112 rum seid, die Legendaries noch gehen, ihr relativ gutes Gear hattet, scaled ihr besser als ein schlecht-equipter 120er. Das ist einfach so. Deswegen macht ihr erstmal mehr Damage und zusätzlich levelt ihr dadurch noch. Ihr levelt nicht krass, kann ich euch auch gleich mal sagen. Deswegen, ich habe hier 5 Stunden gefarmt und habe 1,5 bis 2 Level etwa gemacht. So was um den Dreh, 1,5 bis 2 Level. Das ist nicht toll. Das ist wahrscheinlich die ineffizienteste Level-Methode überhaupt, aber ihr kriegt nebenbei noch ein wenig EP. So dann zum Mount an sich. Wie gesagt, das Mount ist handelbar. Also ihr könnt es auch im Auktionshaus kaufen. So habe ich es mir schlussendlich auch besorgt. Ich habe es mir dann für, glaube ich, um die 300.000 im Auktionshaus gekauft. Ich habe es, wie gesagt, mit 2 Accounts hier 5 Stunden gefarmt. Also insgesamt 10 Stunden habe ich es nicht gekriegt. An dem Spot hat es aber ein anderer Spieler, wir haben angefangen, nach 4 Minuten hat es ein anderer Spieler gekriegt. Der hat ja, der lag, er hat 4 Minuten aufgewandelt, hat das Mount gekriegt. Ich habe es halt mit beiden Accounts zusammengerechnet, nach 10 Stunden nicht gekriegt. Und da war es für mich der Punkt erreicht, wo ich gesagt habe, wenn ich 10 Stunden einfach nur Gold farme, dann habe ich die 300.000 leicht zusammen. Wenn ihr euch jetzt da vielleicht zurückerinnert, ich habe in 3 bis 4 Stunden mit Argo Cell eine Million gemacht. Also da ist es dann einfach nicht wert. Ich habe mir übrigens alle von diesen Cell-Mounts dann im Auktionshaus gekauft, in einer Spanne zwischen 225.000 und 325.000 pro Mount. War es für mich wert. Vielleicht seid ihr hier eine Person, die krass Lack hat. Dann habt ihr es vielleicht wie der eine Typ hier nach 4 Minuten. Oder ihr seid eine Person, die keinen Lack hat. Und ich habe schon Leute im Forum gelesen, die 24 Stunden gefarmt haben, an verschiedenen Spots uns nicht gekriegt haben. Das ist einfach eine Lack-Sache. Ich würde jetzt nicht behaupten wollen, dass ein Spot besser ist als der andere. Der hier ist halt einer der bequemsten, weil, wie ihr seht, man halt an einem Spot stehen kann und eigentlich mal durchgehend Mob-Support hat, wenn man halt Leute hat, die hier immer mit drauf halten. Wir hatten ja ein bisschen, ein bisschen Downtime hatten wir, weil die Leute zwischendrin ein bisschen lazy geworden sind. Man muss das aber auch nachsehen, wenn man da mehrere Stunden farmt, dann geht das ein bisschen bergab. Ja, soviel zu dem Mount. Ihr könnt mir ja gerne schreiben, ob ihr noch andere Spots habt, die ihr meint, die besser sind. Dann teilt die gerne mit der Community, das würde mich freuen. Und mich würde es noch freuen, wenn ihr so ein bisschen eure Erfolgs- oder Misserfolgs-Stories mit reinpostet oder so ein bisschen Referenzwert haben. Wie lange habt ihr gebraucht, bis das Mount hatte oder wie lange habt ihr gefarmt und habt es nicht? Beziehungsweise habt ihr es euch vielleicht im Auktionshaus gekauft, so wie ich, und habt quasi die Abkürzung genommen? Und vor allem, für wie viel dann? Das würde mich auch noch interessieren. Und ja, falls ihr das Video irgendwie in einem Jahr guckt und das Mount in Mahan nur noch irgendwie 50.000 wert ist, dann könnt ihr mich auslachen, dass ich es mir sofort für so viel gekauft habe. Lasst es mich gerne wissen. Ja, das war es mit dem Video. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen. Wenn ich euch weiterhelfen konnte, würde ich mich freuen über eine positive Bewertung. Und wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, könnt ihr mich gerne abonnieren. Euer Cella. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.